1.12.2010 So, jetzt fütsch mal in die Achse mal zu, meine ich. Es fängt ganz am Schneiden. Bis jetzt war es richtig griffig, hart. Jetzt müsst ihr perfekt gehen und runterfahren. Bei 800 Höhenmeter Aufgetragen und dafür super fein im Halten runterfahren. Wenn morgen Schnee kippt, dann geht es nicht mehr um ein Wachuntergrund. Dann funktioniert es in einem Wachuntergrund. In viel Schnee. Dann passt es. So, das wird ja nicht. Juhu. Jetzt geht es klar, dass wir uns da noch runterfahren können. Kann man nicht gehen. Boah, ich stehe steil. Fuck. Jetzt wird es das erste Mal richtig steil. So, wenn ich weiß, ich halte fast. Kommt, geht schon. Das war auch was für dich, Kassen. Volle Anstrengung. Oh, nein. Los geht. Los geht. Los geht. Wo ist das läuft? Was ist das? Was ist das? Was? Geshaft.